AT20 4 LRM 15 Ah ja So Wir gehen nach Zwischen B2 und C2 zu dem Tunnel Da laufen wir jetzt hoch Was? Wo? Wo? Zwischen B2 und C2 Das ist der Tunnel wo man rein kann Da wollen wir hin Da sind wir Ja, wollen Ja, der Rest arbeitet dran. Oh, Cleo ist wirklich besser. So, der dir das leid. Siehst du schon was? No. Okay. Okay. Bei D4 Richtung D3 habe ich zwei, drei Stück. Richtung D3? D4 Richtung D3. D4 Richtung D3. Nee, das mag ich nicht. Oh, ich muss mir das gerade mal angucken. Naja, da gehen wir jetzt gleich bei C3 in die Straße rein. Ja, hinter C3, da steht da irgendwas. Zwischen C4 und C3 oben drauf links, da kommt eine Menge runter. Und unser Ilkan geht gleich über die Wupper. Kannst du so eine 10? Oh, du hast hier dann mindestens drei Meter im Rücken. Minimum. Ach, warte. Okay. Ja, jetzt nach C3 pushen. Jupp, die Schnellen bitte hinten rum. Die Schnellen bitte über C4. Die Schnellen über C4 reinkommen. Die müssen denen jetzt in den Rücken fallen. Die brauchen die Ablenkung unbedingt. Reindrücken. Jupp, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Okay, reindrücken. Volle Power, reindrücken. Reindrücken, reindrücken, reindrücken. Warum stehen? Ja, AC-40. Ja, AC-40 Jäger. Base is being captured. GDC Atlas. Da haben wir noch... Wir haben da noch ein Atlas. Da haben wir noch ein... Missile. Autocannon ammo destroyed. Target destroyed. Base is being captured. Ja, an die Wand gestellt. Ja, an die Wand gestellt. So. Ne zu unserer Basis, bevor die Wind capped wird. Wir haben aber die Schnellen. Ja. Ist das nur der Hunchy, oder ist da noch mehr? Da ist noch einer. Weiter rumrücken. Zimper. Äh. Orion. Klima. Atlas. DDC. Der stirbt nicht, der kleine Sack! Jetzt wird er tot. Bacon, gut gemacht. Wird Zeit. So. Ihr geht zurück zur Base. Ich jag noch schnell den Kitfox. Klima tot. Sehr schön. Thoranex ist entwacht. Thoranex! Das ist dann noch nicht Base. Das ist das. Ja. Ja, wunderbar. 12-0. 12-0, damit kann man leben, ja. Ja, wir werden auch schon bestimmt, weil wir in der Gruppe trocken. Nice. Und solche. Ja. Jetzt mal. Tut uns so leid, dass wir Freunde haben. Ja. Ja, schön. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir uns schon eins zu wollen.